Der DERAS gegen Quoten, gegen all Diskriminierung, also ausdrücklich auch gegen die sogenannten Positiven. Der DERAS für die gleichberechtigte Unterstützung von weiblichen und männlichen Affen von häuslicher Gewalt. Der DERAS für die Gleichberechtigung und nicht für Gleichmacherei. Der DERAS gegen feministische Angriffe und Spruch. Der DERAS für die Stärkung von der Familie und nicht für eine staatliche Anmischung an der Familie. Der DERAS für die Gleichberechtigung von Mammen und Pappen.